Ich mache mir selber ein Septum-Piercing rein. Wusstet ihr eigentlich, dass ich dieses Piercing schon habe, seitdem ich 18 bin? Und ich hatte das jetzt bestimmt ein oder zwei Jahre nicht mehr drin. Deswegen habe ich mir welche bestellt und ich bin übel gespannt, ob die überhaupt noch reinpassen oder ob das noch schon zugewachsen ist. Jetzt ist die Frage, welches nehme ich? Silber, Gold oder Rosé-Gold? Ich habe mich für Silber entschieden. Die eine Perle ist einfach abgefallen. Okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Aua. Okay, Leute, ich habe es jetzt wirklich die ganze Zeit versucht, aber es geht einfach nicht durch. Egal, was ich mache. Soll ich nochmal zum Piercer gehen und das nochmal durchstichen lassen oder einfach selber durchstichen? Oder soll ich es einfach sein lassen? Schreibt es in die Kommentare.